Hey Leute, die erste große Fortsetzung von dem Hit The Batman von Matt Reeves ist endlich nicht in den Kinos, sondern auf den Streamingdiensten und das ist auch nicht The Batman 2, sondern es war die Serie The Penguin. Mit ganzen acht Folgen, die jeweils eine Stunde gehen, also schon ziemlich knackig. Und Woche für Woche mit einer neuen Folge, jetzt ist die Serie ausgelaufen. Und ob diese Serie eine Gotham-Story ohne Batman funktionieren kann, das haben wir in der Serie gesehen. Und ich würde sagen, wir starten mal rein und reden darüber. Für mehr solcher Videos, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, dass du immer benachrichtigt wirst, soweit ein neues Video online ist und jetzt viel Spaß. Also, erstmal, worum geht es überhaupt? The Penguin knüpft an die Ereignisse von The Batman an. Achtung, natürlich, Spoiler zu The Batman, falls du den Film also noch nicht gesehen hast, solltest du die Kritik vielleicht erst später angucken. Es knüpft dann die Ereignisse von The Batman an. Die Stadt ist überflutet und versucht sich davon erstmal zu erholen. Es geht klassisch mal nicht um den Dunklen Ritter, sondern um einen seiner Antagonisten. Und das wäre The Penguin, sprich mit richtigen bürgerlichen Namen Oswald Cobblepot. Der kam schon in diversen Videospielen, in den Comics und Filmen vor und ist ein sehr präsenter Antagonist von Batman. Und der hatte ebenfalls seinen Auftritt in The Batman und bekommt jetzt seine eigene Serie. Es knüpft, wie gesagt, dann die Ereignisse von, oder an das Ende von The Batman an. Und jetzt, wo Falcon ausgeschaltet ist, ist es Zeit für ihn, die Stadt zu übernehmen und an die Macht zu gehen. Und wir begleiten ihn acht Folgen lang dadurch. Und ob das Ganze sich rentiert, um es mal spoilerfrei zu sagen. Ja, Batman kann tatsächlich ohne, oder eine Gotham Story kann tatsächlich ohne Batman funktionieren. Und das hat die The Penguin Serie gezeigt. Dadurch, dass Matt Reeves das Ganze inszeniert hat und The Batman einfach schon klasse ausgesehen hat, hat die Serie natürlich denselben Charme. Es ist halt sehr ungewohnt, mal eine Story zu sehen, die in Gotham spielt, ohne den Dunklen Ritter. Aber das hat auch was. Und es hat einfach gezeigt, dass man Batman nicht unbedingt immer braucht, um die Story auch gut zu machen. Klar, muss ich sagen, es gab auch Stellen oder Folgen, wo ich sage, jetzt schleift die Handlung ein bisschen. Aber trotz alledem, muss ich sagen, war alles auf den Punkt gebracht. Es wurde alles erklärt. Und letztendlich, muss ich sagen, hat die Serie tatsächlich überzeugt. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich sie mir ein zweites Mal angucken würde. Aber an sich, wenn man sagt, man interessiert sich für Batman und die Aufmachung von Matt Reeves, macht man mit der Serie prinzipiell nichts, aber auch gar nichts verkehrt. Aber wenn wir mal in Spoilern darauf eingehen. Und somit nächste Spoilerwarnung. Ich werde jetzt natürlich mit Spoilern über die Serie reden, deswegen. Na, du weißt Bescheid. Erstens sehen wir in der Serie endlich mal die gesamte Falcon-Familie, weil die kam in The Batman überhaupt nicht so richtig zum Vorschein, sondern ja eben nur der Kopf der ganzen Familie. Und so lernen wir nach und nach immer mehr Familienmitglieder kennen. Und das war schon mal cool, denn die Falcon-Familie wurde endlich mal richtig ausgebaut. Wir haben wirklich mal ein bisschen mehr Erklärung, ein bisschen mehr Hintergrund zu dieser Story bzw. zu dieser Familie. Genauso wie Sophia Falcone, die ja so eigentlich eher die Hauptantagonistin der ganzen Serie ist und sich so ein bisschen den Pinguin in den Weg stellen will. Und ja, ihre Geschichte ist eigentlich, muss ich jetzt aber ehrlich gestehen, gar nicht so interessant. Also ich fand sie zum Beispiel gar nicht so interessant. Es gab zum Beispiel auch eine Folge, wo man ja ganz viel Backbrown-Story über sie bekommt. Und die fand ich zum Beispiel jetzt gar nicht so interessant. Also ich weiß nicht, irgendwie hat die Familie, die Familie, sag ich, die Geschichte von ihr mich persönlich nicht gecatcht. Aber das ist nur eine persönliche Meinung und ich möchte da nicht im Allgemeinen, das verallgemeinern. Aber trotz alledem, wenn die Story dann so ein bisschen ins Rollen kommt, muss ich sagen, dann fand ich das Ganze, dieser Austausch immer wieder zwischen ihr und den Pinguinen wirklich gut. Denn das hat mir, muss ich auch wieder so ein bisschen als, ja, würde ich eher auf der negativen Seite bewerten. Es hat wirklich gebraucht, bis diese Handlung mal richtig ins Rollen kam. Also wirklich, ich würde fast sagen, die letzten beiden Folgen, Folge 7 und 8, das waren so die beiden Folgen, wo ich sage, jetzt ist es wirklich langsam richtig hochgefahren. Also da wurde es eigentlich erst so richtig spannend. Davor hat man immer einfach nur versucht zu erklären, zu erklären, zu erklären. Und wenn eine Folge schon eine Stunde geht, dann war das dann irgendwann sehr mühselig. Wisst ihr, was ich meine? Und da fand ich dann so, Folge 7 und 8 hat dann einfach richtig auf die Kacke gehauen. Und da wurde es dann auch nochmal richtig interessant. Was ich auch super fand, ist, dass Salvatore endlich auch mal eingeführt wurde. Und ja, Clancy Brown hat das Ganze verkörpert. Und ich muss sagen, der Schauspieler hat da auch wirklich sehr, sehr gut reingepasst. Und Salvatore wirklich gut wiedergegeben. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also muss ich ehrlich sagen, endlich ist Salvatore auch mal so ein bisschen im Live-Action mit dabei. Warte, kam der überhaupt schon mal in irgendeinem Live-Action vor? Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber okay, dann gab es noch einen Neuzugang und zwar Victor. Ja, Victor, der wird so mehr oder weniger der Assistent vom Pinguin. Und man begleitet ihn die Serie über. Und eigentlich kann man sich gut mit ihm identifizieren, weshalb ich, deswegen habe ich die Spoiler-Warnung eigentlich ausgesprochen, sehr überrascht war, dass Pinguin am Ende erledigt. Weil ich weiß nicht, ob die Entscheidung so gut war. Ich persönlich, ich hätte mir schon sehr gewünscht, nachdem er so einen guten Bezug zu ihm hat, dass wir ihn vielleicht einfach ein bisschen mehr dann noch in The Batman 2 sehen und dann so in weiterlaufenden Sachen. Also ich glaube, dass das nicht so eine gute Entscheidung war, ihn wirklich gleich sterben zu lassen. Aber es hat natürlich schon einen gewissen Plot mitgebracht. Und deswegen, ja, sowas braucht eine Serie auch einfach. Diese Plots, wo man sagt, oha, das war jetzt ein krasser Moment, das hätte ich gar nicht erwartet. Und ich habe das nicht erwartet. Deswegen, obwohl ich sagen muss, weiß ich nicht, ob es eine gute Entscheidung ist, war es super krass. Und hat mich sehr geflasht. Und deswegen hat es dann doch irgendwie wieder einen Pluspunkt gesammelt. Aber ich muss echt sagen, also die Aufmachung auch von The Penguin, von Oz, wie sie ihn in der Serie auch nennen, das war einfach wirklich wild. Also Oz sah nicht nur optisch gut aus, der Charakter war gut inszeniert. Wir haben versucht, ein bisschen mehr die Story zu verstehen. Also es wurde viel, viel mehr erklärt, auch über seine Kindheit, über seine Mutter und seine Geschwister und so. Also wir haben viel, viel mehr Background-Story. Und das fand ich wirklich sehr gut, also den Charakter auch mal anders kennenzulernen. Weil wenn er jetzt in The Batman 2 vorkommt, haben wir einen ganz anderen Bezug zu dieser Figur. Deswegen fand ich es eigentlich eine super kluge Entscheidung von Matt Reeves, zu sagen, ja, wir müssen auch mal ein bisschen die Antagonisten in den Vordergrund stellen. Und die Serie hat gezeigt, dass das auch durchaus funktioniert. Die Pinguin-Saga, also die Pinguin-Story, das hat funktioniert. Und es muss jetzt nicht unbedingt eine Staffel 2 her. Das definitiv nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass der Pinguin eine zweite Staffel braucht, weil dafür ist dann dann auch nicht, ist der Charakter auch nicht so interessant. Weil Pinguin ist generell nicht eigentlich so ein interessanter Charakter. Deswegen fand ich es sowieso schon krass, dass man überhaupt eine Serie aus ihm machen konnte. Also eine zweite Staffel, glaube ich, braucht man da jetzt wirklich nicht. Aber an sich cool, dass man mal sowas bekommen hat. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass wenn in Teil 2 nochmal neue Antagonisten dazukommen, dass die vielleicht auch noch irgendwie eine Serie bekommen. Zum Beispiel so eine Harvey Dent, sprich Two-Face-Story. Das würde ich als Miniserie ultra feiern. Weil das könnte genauso gut wie Pinguin funktionieren. Also ich würde mir das sehr, sehr, sehr wünschen. Und Pinguin legt den Grundstein dafür. Deswegen muss ich sagen, die Serie ist letztendlich wirklich sehr, sehr gut gelungen. und setzt nicht nur die Ereignisse von Teil 1 von The Batman gut fort, sondern zeigt auch einfach, dass Antagonisten ebenfalls eine gute Rolle darstellen können und ebenfalls eine interessante Story erzählen können. Und deswegen kriegt The Pinguin wirklich richtig Daumen nach oben. Und ich kann nur sagen, wenn dir The Batman gefallen hat, wird dir Pinguin definitiv gefallen. Aber falls du die Serie irgendwie doch noch nicht gesehen haben solltest und durch Kritiken oder was weiß ich dir erstmal ein Bild machen wollte, jetzt hast du eins. Und ansonsten kannst du mir gerne in die Kommentare schreiben, also für die anderen, wie euch die Serie gefallen hat. Fandet ihr sie gut? Fandet ihr sie schlecht? Wenn ja, warum? Würde mich natürlich sehr interessieren. Ansonsten war es das mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, bleib fresh. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tages, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.